Was ist das? Das haben wir nicht im Angebot. Doch. Doch. Einfach nur so ein stumpfes Doch. Ich will eine Wöhle finden und einen Bus bauen. Oh, Lavasee. Lava! Ach nee, das war ich ja gar nicht. Ich hab Lava gefunden. Ich hab Gold gefunden. Obwohl, vielleicht ist das ja eine Höhle. Ich hab Gold gefunden. Ich will nur jetzt unsere Schwestern abbauen. Und alles abbauen. Hm, Lava. André, was machst du gerade? Alles. Was? Was macht der André gerade? Der André sich hat gerade unser Überleben. In womit? Ja, ich bin halt hier. Ich steh vor dem Tor und mach Wache. Oh, es ist wieder dunkel draußen. Dass du aufnimmst. Ich muss mich beeilen. Ich lieg gleich mal wieder Essen fahren. Sehr gut. 63, ich überdreste. Ja, ich will kein Glück mit Diamanten. Das war so ein Bug. Ach ja. Oh, das war kein Glück. Ne, das war kein Glück mit Weiß und Lava zu sehen. Oh, viel Hardcore. Viel zu Hardcore eigentlich? Ja, yeah, yeah, yeah. Das ist wirklich schön, das freut mich. Always Hardcore. als du früher angekommen bist ja lass mal ein Hardcore Projekt starten habe ich sofort gedacht ja ja von wem habt ihr nur die Idee äh weiß ich auch nicht nobody knows nobody knows nobody likes the beatbox that you play erinnert mich irgendwie an das Mikro das du hast das ist auch selber drauf gekommen hat wer von euch nicht mal Knochen äh 2 ja mit Junge wo bist du oben oben was im Feld oder was im Dings ja ja komm lass einfach so ein riesiges Höhlenhaus bauen finde ich langweilig aber es ist mir egal was du langweilig findest und was nicht mir ist egal was du egal findest mein Freund ist mir egal ja mein Gott ihr seid fast so verrückt wie Richter wer ist Richter weiß ich nicht richtet der ja was richtet der denn wer hat mir die Treppe weggeschlagen ich schlag dich gleich dann bitte nicht mit dem Dierschwert die Welt sind Knochen was selbst ja komm her ich bin schon ex oben durch ich würde eigentlich gerne um das ich würde eigentlich gerne über das neue Projekte über das eine von vielen neuen Projekten reden was 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 ich habe kein Wort verstanden ich würde eigentlich gerne über eins der vielen neuen Projekte reden aber ich weiß nicht was für Projekte ja das eine es gibt keine Projekte aber in Planung wir planen nicht wir spielen spontan oh scheiß Lava fast verbrannt hä ich habe nur keine Dings bekommen ich habe drei Weizen aber keine weiteren Samen bekommen bis in den als komisch egal man kann auch ohne Samen leben Prozent aber nicht mehr lange warum wenn du dich nicht mehr an den Vermeernden zu besorgen schlecht da liegt das ist Weizen sondern aber leider nicht keine weiteren Samen bekommen nur ein ja denn das ist ja ein Scheiß Lava ich finde einfach keine Dias wo ist unser Eisen ach da das reicht nicht ich brauche einen Helm fünf ne ne vier ne fünf bin voll ausgerüstet Junge das reicht mir ich gehe jetzt auf Höhe 11 hallo 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 ach du bist voll ausgerüstert dann kannst du ja mal Skelettenfarmen gehen Skeletten Skelettenfarmen hier ist einer wo da ist einer mach'n kaputt mach'n kaputt los boah zwei sehr gut auf jeden Fall leben wir bei euch im Projekt irgendwie schon mal länger als bei uns ey ich würde dass ich für den Eingang nicht mehr wieder finde wenn ich zu weit weglaufe deswegen kann ich jetzt nicht wir hätten uns Minimap installieren sollen zum Blödsinn einfach ein Awaypoint ich leuchte einfach mal hier am Dings so Licht findet jeder in der Dunkelheit sollte man meinen ne Geh ins Licht Nein tu's nicht das ist mal gereimt Geh ins Licht Nein tu's nicht das reimt sich du Wicht jetzt bin ich ein guter Let's Player oder? ja 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 eigentlich solltest du das Let's Player Dasein aufgeben und Dichter werden Paul ja aber Richter ist doch schon der Dichter Dein Arzt hat angerufen Diagnose Spaß was? was? was hat er gesagt? was hat er gesagt? nein ich hast gar nicht verstanden meine Mutter beleidigt oder was? ich hast du wirklich nicht verstanden er hat's nicht verstanden kleines Kind nein was hast du gesagt? ich hab Hunger dann geh dir was zu essen machen sag mal bist du jetzt echt mit den Knochen wieder runtergelaufen? nein ich bin die ganze Zeit hier ich bin am farm wo oben? naja ich bin in der ich bin irgendwo sonst wo ich hab ne Höhle aber ich find sie nicht hä? was? weißt du was für Scheiße du da sagst? ja also ich ich hör ne Höhle also ich hör ein Zombie in der Höhle aber ich find die Höhle nicht ich find den Eingang nicht mehr André ich hör ein Schaf ich hör ein Schaf ich hör ein Schaf ich nicht yeah wenn wir Bolle haben können wir Bus bauen nein wir können ein Bett bauen und dann Bus bauen nein aber ok das mich raten ich muss draußen Dias ja gut weil da haben wir jetzt kein Glück keine Glücksspitze zacken egal ist ein 8 Stück echt? er doch nicht er macht daraus einen Schatten-Table boah spinne spinne oh komm weiter und sterbe ich nicht sich aus wie ein vernünftig denkender Mensch äh ich glaube ich habe mich auch verhört ihr seid die Bosses ach du schalt da hast Licht geh ins Licht damit ah ich bin wieder zuhause sehr gut ich nicht wohl schon mein ganzes Inventar-Strecht voll mit Steinen ich war schon immer der Farm-Typ ne? ich ja wär immer gefarmt trotzdem was? das, das, das Little Farmer boah ich tp mich gleich zu euch dann? nein das ist Cheating mein Cheat ist voll bis zu doof kann ich auch Game-Ord gehen in die erste Zeit holen dreißig Lernstieben sind dann nicht zu uns kommen das ist definitiv ein Unterschied Genitiv Genitiv dann lasse ich mich töten dann bin ich am Anfang nicht ach ne doch nicht vor allem der Sporn ist auch nochmal 200 Blöckchen geh immer eure Koordinaten ich bin bei minus 300 oh, so könnte ich erwarte ich hab äh x-minus x-minus ähm y86 z59 ich komme im Eingang ja also ich bin, ich bin vor den Öfen gewesen wie viel war z? z war 59 äh und x? x war minus 99 ich hab mich verurrt ich hab mich verurrt ich hab mich im Eingang ah, hier ich hab euch doch nicht ich war gar nicht so weit entfernt oh Gott, wer bist du? wer bist du? wer bist du? wow, das hast du auch Knochen gefarmt? ne, ich hab äh gräser gefarmt so ja stimmt, das ist auch ne Idee so also ich hab aus ich bin bei ihm kurz, äh, aufgereiht bin ich wieder da pass mal auf mich auf, ja jetzt will der schon wieder telefonieren ne, gar nicht, aber ich bin gleich wieder da pass mal auf mich auf, ne? er geht pinkeln ich geht sowas machen Menschen ist ja widerlich ich bin schon wieder nicht nach Hause hier sind, hier sind massig viele Gänge und tschüss ich war einfach die ganze in meinem Gang zurück mein Gott, ich bin die wieder nach Hause nee das ist kein Problem für mich aber für mich ich hab uns so sechs Diamanten was hast du sechs Diamanten? oh, das wäre doch ein Problem ja sonst wäre ich sehr die Sterbe einfach und kommen am Spawn das ist das keine gute Idee sehr hohe ich hab mir von Ar going ja ich hab geschaut wenn der fit village König ich werde noch ein bisschen wegroden, damit wir hier ein bisschen freie Fläche haben. Dieses Dschungelgeholze nervt mich tierisch. Ja. Und, Junge, wir haben hier eine Farm. Ja. Wir haben eine Farm. Kannst du mal sehen. Ich muss gerade mein Kopf 9 starten. Warum denn jetzt schon wieder? Moment, welche weiß du mal hast? 1, 6, 4. 1, 6, 4. Aleph Hardcore. Oh, warte, ich habe eine Idee. Jetzt will ich so. Machen wir den Minecraft. Den Mods. Lumberjack zieh mir raus. Hey, was machst du da? Ich? Ja, du. Ich mache was ganz cooles. Was denn? Ich instilliere mir noch ein paar Mods. Ähm. Die denn nur du benutzen kannst? Ja. Kannst du die denn überhaupt benutzen? Ja. Das wollte ich. Wir hätten Flash in Chanting Plus drauf machen sollen. Was ist denn jetzt Flash in Chanting Plus? Ei, damit kannst du einstellen, auf was das enchantet werden soll. Achso. Lalalala. Ja, lädt die Mods runter, lädt die Mods runter, startet Minecraft. So, wieder da. Ja, okay. Was habt ihr gemacht? Ja, Paula kann Bock mehr, das abgehauen. Ja. Wie, abgehauen? Ja, das abgehauen. Nein, schön. Ich spüre, ich musste kurz leften. Ja, wir sind doch eine Aufnahme, oder? Ja. Okay. Doch, wir sind an der Aufnahme. Ja, gut. Wo ist der Enchantment Table? Weiß ich nicht, Frau Paul. Was? Wo sind die Dias, die du gefunden hast? Ja, Paul. Achso, im Inventar. Ja, und wo ist der Enchantment Table? Auch im Inventar. Aha, aha. Wo bist du? Wo bist du? Auf dem Desktop. Ah. Mhm. Aber ich komme jetzt wieder. Wo?